Seine Karriere machte ihn zur Legende. Drei Sterne. Sie sollten einen Stützpunkt nach dem Mann benennen, anstatt ihn hierher zu bringen. Ein Fehler. Missachtete Befehle. Das hatte den Tod von acht amerikanischen Soldaten zur Folge. Kostete ihn seine Freiheit. Was erwarten Sie von Ihrer Zeit hier in der Festung? Gar nichts. Setze meine Zeit ab und weg. Das ist die perfekte Antwort. Guten Tag, Sir. Wenn du da so mit der Hand durchs Haar fährst, was soll das? Ich habe es reduziert. Salute? Oh nein, das geht nicht. Was haben Sie getan? Salutieren ist den Gefangenen verboten. Wer sich's mit Winter verdirbt, ist geliefert. Ich kämpfe gegen niemanden und gar nichts mehr. Nie wieder. Dad, du bist ein großer Mann. Du hast so viel für dieses Land geleistet. Letztes Jahr hat es zwei Unfälle gegeben, als Männer durch Kopfschüsse getötet wurden. Wir sind über die Zustände hier beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Solange Sie nicht einige Zeit unter diesen Tieren verbringen, haben Sie keine Ahnung, was da drin vorgeht. Ich will nicht ins Land! Die Männer wollen kein besseres Essen und auch nicht mehr Fernsehen. Sie wollen nur, dass sie zurücktreten. Na, dann gehe ich gleich mal packen. Du bist Sergeant Major? Gewesen. Befahrene! Ausrichten! Die nennen Irving Chief. Das ist Ihr Ausdruck für General. Die Männer sind angetreten, Sir. Der General stellt sich einer Armee zusammen. Gentlemen, ich schlage vor, dass wir das Kommando über diese Anstalt an uns reißen. Ich brauche mich Ihnen gegenüber nicht zu rechtfertigen, nicht wahr? Ich weiß nicht, vielleicht doch. Sie haben noch drei Jahre bei uns vor sich. Klingen drei Monate besser? Soll ich für Sie den Spitzel machen, Sir? Diese Männer brauchen dich und ich dich auch. Wieso sollte ich Ihnen helfen? Wollen Sie vielleicht wieder einen Soldaten aus mir machen? Jetzt! Ihr seid keine Soldaten mehr. Jeder von euch ist nur der Schatten eines Soldaten. Wenn die das Gefängnis in ihre Gewalt bringen, dann hissen die die Fahne falsch rum. Gefangenen! Annotiert! Aha, falsch rum. Das bedeutet, dass die Festung eingenommen ist, Sir. Feuer! Ich übernehme den Befehl über Ihr Gefängnis. Einen Teufel werden Sie tun. Die letzte Festung.